Der Ultra-Kiave 2.0 ist der leichteste Trainings- und Wettkampfschuh des Triathlon-Spezialisten Sud. Der Kiave ist besonders für die Kurz- und Mitteldistanzen geeignet, da er nur leicht gedämpft ist. Durch die BareFit-Technologie, du kannst den Schuh nämlich auch barfuß tragen, fühlt er sich am Fuß sehr angenehm an und verhindert unangenehme Hautirritationen. Das Mesh-Obermaterial lässt die Luft im Schuh zirkulieren und reguliert gleichzeitig auch die Feuchtigkeit. Interessant für Triathleten ist natürlich das Drainagesystem, durch das Feuchtigkeit nach außen gedrückt wird. Sehr durchdacht sind die Hilfen zum schnelleren Anziehen des Schuhs durch die Zuglaschen an Ferse und Zunge. Die Zwischensohle mit Carbon-Mittelfußbrücke sorgt auch bei hohem Tempo für ein dynamisches und flexibles Abrollverhalten. Der Sud Ultra-Kiave 2.0 ist ein leichter Trainings- und Wettkampfschuh, der mit seiner Flexibilität und Dynamik punktet. Jungs und Mädels bekommen diesen schnellen Schuh in ihrer Runners Point Filiale und können ihn natürlich auch hier bei uns bestellen unter www.runnerspoint.com.